Die gute Fee hat wieder eine Aufgabe für mich. Ja, ist klar, dass ich ihr wieder helfen soll. Pfefferminztee. Also ich weiß nicht von dem Update. Ich weiß nicht, sonst hat mir das immer Spaß gemacht. Aber es ist halt diesmal nur die gute Fee. Weiß nicht. Ich hoffe, beim nächsten Update kommen wir wieder... Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Wie soll ich sagen? Schöne Charaktere. Ach, ich habe es ja noch gar nicht... Ich muss es doch erst hier... Hier. Benutzen. Kann ich den Tee ja gar nicht kochen. Und automatisch füllen... Und kochen. Die Aufgaben sind da jetzt auch nicht so schön bei dem Update. Ich hoffe ehrlich, beim nächsten Update, dass wieder gescheite Charaktere kommen. Und auch gescheite Missionen. Ich soll sie zum Mini bringen. Die ist zu Hause. Ich würde so gerne plaudern. Oh, hallo! Hm? Die sind großartig. Oh, das ist nix. Wie gut, dass ich sie dabei hab. Ein Foto. Okay. Ja. Jetzt. Hm. 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 Sie macht magische Bilder. Hm. 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 Also, die Linse. Benutzen. Macht zwischen 16 Uhr und Mitternacht ein Foto von kaputten Objekten. Ähm. Okay. Dann bin ich gleich wieder zurück. Da bin ich wieder und es ist dieser Spielautomat, der kaputt ist. Und jetzt muss ich nur noch ein Foto von dem machen. Ach was. Also, das war jetzt in Minis Haus. So, das war Minis Haus. Dann das, ähm... Mal gucken. Das hab ich ja alles. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier am Strand, hier am Strand ist das nächste, dann auch wieder Foto, das war der Sonnenschirm, müsste ich nur noch wissen, wo die anderen waren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist der das vielleicht? Ist der das vielleicht? Ist der das vielleicht? Weil es steht halt auch nicht mehr da. Dann muss ich suchen. Dann muss ich suchen. Okay. 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 Weil ich weiß es nicht mehr, wo die Sachen waren. Aber hier war doch auch noch irgendwas. Okay. 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 Nee. Also ich hab das am Strand. Und hier in Minis Haus. Das Fahrrad von Goofy ist hier. Ah nein, ein Foto. Hier ist das Fahrrad. Bei Goofys Haus. Die Espressomaschine ist im Restaurant würde ich sagen. Nein, ist sie nicht. Dann ist sie bei ihm doch da. Hier. Ja gut, muss ja nicht schön sein. Ist ja egal. So und dann haben wir noch den Spiegel. Den Spiegel, der könnte auch bei ihr zuhause sein. So. So. Der könnte ja dann auch bei ihr. Genau hier. Da auch wieder ein Foto davon machen. So. Oh. Na jetzt komm mal rein. Da. Oh. 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 Okay, dann war's das auch mit der Mission. Und jetzt, glaube ich, hat sie da noch eine... Stufe 10, genau, das wird dann die letzte sein. Ich weiß nicht, das Update, wie gesagt, das... Ja, das Spiel macht sonst immer viel Spaß, aber die gute Fee... Ja, naja. Okay, das war's dann, ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.